Musik Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch mal eine kleine Garage zu präsentieren. Ja, da ja einige Leute danach gefragt haben, ob ich nicht mal meinen Autosmann zeigen könnte. Und ja, jetzt bekommt ihr auf jeden Fall die Garagentour. Und ja, ein großes Dankeschön geht auf jeden Fall raus an in DMT Leon, der für mich die Rockstar-Editor-Aufnahmen bearbeitet hat. Vielen, vielen, vielen Dank Leon. Wer gerne möchte, kann ja mal gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Sein YouTube- und auch Instagram-Account ist in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Wenn es euch denn gefällt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.